3 2 1 aus die maus wir haben den klaren krieg gewonnen und damit willkommen zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten ja das ganze was jetzt am anfang war das war noch von heute nacht ich musste dann erstmal ich wollte gerade sagen nacht drüber schlafen aber wir haben hier tatsächlich die liga erfolgreich vereitelt so so wollen wir es mal sagen deswegen ist der ist der titel eigentlich auch genauso gewollt ob das jetzt gut ist oder schlecht ist dass das können wir gerne mal rausfinden aber es war schon ein bisschen bitter muss ich sagen denn wir haben hier bei den herausforderern eine wirklich tolle liga woche mal wieder hingelegt ziel war also man sollte sich eigentlich immer so ein kleines ziel setzen liga halten also champions 3 wenigstens bestehen dass daraus etwas anderes wurde das war uns auch noch nicht so bewusst erst im laufe des turnier oder der turnier woche so will ich mal sagen sind wir eigentlich so ein bisschen zum kleinen favoriten mutiert neben einem anderen clan und ihr seht auf jeden fall der krieg ist zu ende wir haben den letzten klarkrieg ja habt ihr ja gesehen haben wir noch mal richtig heftig gewonnen 439 zu 35 und uns fehlte allerdings leider ein angriff uns fehlt ein angriff leute denn am ende der saison ja sind wir zweiter geworden mit 333 sterne 333 sterne hatte auch der erste clan der jetzt also erster geworden ist und die hat natürlich ihr seht das 944 prozent viel viel mehr prozent als wir das heißt uns fehlte lediglich ein einziger billiger stern der ist uns verwehrt worden durch ein nicht angriffspakt eines unserer member was natürlich sehr sehr schade ist gerade an so einem tag ich meine gestern war das kam noch dazu oder erschwerend dazu gestern war der sogenannte himmelfahrt tag also oder vatertag auch genannt und im vorfeld wollte schon jemand den vatertag gerne machen obwohl er eigentlich bei mir ins team sein sollte gestern abend war aber auch nicht und zwar nüchtern und hat an den ganzen tag nicht angegriffen also wieder hier drei herausforderungen noch bei free to play auch mit zwei accounts nicht und ich meine in 24 stunden selbst am vatertag da stehst du nicht gleich besoffen auf wenn du aus dem bett steig sondern da bist ja erst mal ich bin da und ich mache mal eben meine drei angriffe und dann ist es das gewesen für den ganzen tag nein man macht einfach nichts jetzt warten wir im moment auf die ganze zeit noch auf irgendeine ausrede denn irgendwas wird ja wohl kommen kann ich mir vorstellen aber vielleicht war es auch gut dass wir nicht aufgestiegen sind denn wir haben ja jetzt ich hatte noch eigentlich noch eine webseite offen wo wir wir bekommen natürlich jetzt einen ganz netten bonus das heißt also ich kann jetzt zehnmal bonus verteilen hier weil wir sechs mal gewonnen haben wir haben wirklich auch nur gegen den ersten verloren ihr seht das da oben 36 36 und das nur nach ganz ganz wenigen prozenten also wirklich auch dünn muss man sagen und können jetzt natürlich zehnmal bonus hier verteilen das heißt 417 gab es sowieso schon kriegs ergebnis halt saison nein 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 ich will nicht die karte da also 417 gab es sowieso schon plus jetzt 90 stück noch als zusätzliche medaillen also champion 93 stück champion 200 stück champion 3 als bonus 110 stück und das kann ich jetzt an zehn leute natürlich verteilen jetzt ist natürlich die frage okay wenn wir jetzt in der nächsten liga nur siebter oder achter werden oder sechster werden kann ich natürlich nicht so viel boni verteilen weil wir vielleicht nur ein oder zweimal gewinnen viermal ist ja garantiert gewinnen war dann natürlich nur einmal kann ich nur an zwei leute zusätzlich also dann ich bin mal so um wir gewinnen zweimal ich kann zweimal bonus verteilen insgesamt also sechs mal bonus verteilen ob das dann mehr oder weniger ist als jetzt in champion 3 wo ich jetzt zehn leuten den bonus geben kann ja dass das ganze könnt könnt ihr natürlich hier oben sehen das mit den ganzen bunis könnte natürlich nicht sehen das soll solltet ihr euch dann vielleicht mal im wiki angucken da könnt ihr dann halt sehen ab wie viel wie viel gibt es sowieso on top wenn ihr in gold seit den kristall seit den meister und in champion und ob sich das wirklich lohnt weil die 417 die wir hier jetzt bekommen haben also angenommen wir wären erster geworden hätten 424 bekommen die 424 bekommst du in champion 2 schon wenn du nur siebter wirst aber wenn du nur siebter wirst dann hast du maximal vielleicht wenn überhaupt ein spiel gewonnen wenn sogar kein spiel gewonnen und christ hat nur viermal den bonus deswegen ist es eigentlich nicht schlecht dass wir hier in meister drei verblieben sind nicht meister drei champion 3 verbleiben spielen wir nächstes mal auch wieder eine gute saison denn wir haben jetzt schon mittlerweile glaube ich die dritte vierte fünfte saison hier immer mit den gleichen leuten gespielt und was natürlich auch nicht schlecht ist weil dann ist gerade das bonus verteilen natürlich sehr sehr einfach du hast immer die gleichen leute die mal ein bonus mal ein ein ligatag ein oder eine saison bonus bekommen dann hast du welche dabei die bekommen halt kein ich meine bei zehn stück ist auch nicht da bekommen halt fünf keinen bonus und die fünf bekommen dann ganz sicher beim nächsten mal bonus und plus fünf die schon beim vorherigen mal bonus bekommen haben also das ganze ist dann natürlich schon relativ faire aufteilung dauert dann halt nur ein bisschen aber wir gucken mal ein bisschen nebenher wenigstens so ein zwei drei vier angriffe also könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben besser c2 oben halt noch auch noch das siebte mitzunehmen dann hätte ich elf mal bonus verteilen können oder besser c3 für uns jetzt also für uns als casual spieler und dann viel gewinnen und nicht aufsteigen sondern immer schön erhalten immer schön zweiter dritter werden sagen wir mal so da kann man ja auch für sorgen dass man immer schön zweiter dritter wird wir haben ja jetzt nur ein spiel verloren und das haben wir nicht mal verloren das haben wir verloren nach prozenten das war ein unentschieden also in wirklichen leben wäre es jetzt ein unentschieden gewesen also jetzt abseits der klaren kriegsliga und nicht verloren hier ist das natürlich verloren dann nach prozenten wie gesagt aber es war schon sehr sehr ärgerlich war bis ich habe die ganze zeit gestern abend auch durch gestreamt und das heißt bis heute morgen irgendwann so gegen drei uhr oder sowas und da war das ganze drama hier vorbei weil man hat natürlich immer hoffnung dass derjenige doch noch irgendwie aus seinem dilemma aufwacht um dann noch vielleicht den angriff zu machen in welchem zustand auch immer das wäre wäre uns jetzt egal gewesen ein stern ist immer drin oder aber wir hätten das angebot annehmen müssen denn an dem tag wo er gesagt hat mensch könnte mich vielleicht tauschen habe ich geschrieben nein ich kann nicht nicht tauschen weil wir hier exakt 15 16er sind da konnte ich nichts tauschen ich könnte am höchsten 14er reinnehmen der dann auf den 16er ich denke mal schon zwei stern holt hätte ich mal gemacht er aber hätte hätte fahrradschlauch ist er selber am ende bist du immer schlauer und ist halt so gekommen in bei den anderen clans ich gehe da gleich auch noch mal rüber ist es ist es uns ähnlich schlecht oder gut ergangen aber hier war es jetzt schon sehr ärgerlich ich meine ich hätte mich natürlich ein ass gefreut wenn wir nach unserem abstieg aus der liga jetzt gleich wieder den direkten wiederaufstieg geschafft hätten so bleiben wir jetzt in c3 aber wie gesagt vielleicht können auch glücklich sein dass wir einfach in c3 bleiben denn es ist ja auch hier gibt es ja auch schon eine ganze menge medaillen und wenn du dann natürlich auch noch auch noch nett gewinnst dann ist das noch mal so ein bisschen ein bisschen on top drauf die 90 die ich jetzt verteilen kann das ist ja schon eine ganze menge 417 plus 90 also 507 medaillen dann das ist ja schon nicht schlecht da ist ja schon den einen oder anderen hammer für von daher ob die noch viele brauchen sei mal dahingestellt aber ich denke mal auch hier im clan hat noch nicht jeder alle mauern fertig und so naja selbst selbst ich habe hier in dieser woche völlig überraschend auch mal drei sterne geholt aber allerdings habe ich ein bisschen ich habe mich ein bisschen gemogelt muss ich sagen auf die zähne denn ich habe hier ein bisschen mit den h lands gespielt hier unten dass das das ganze habe ich habe ich in dieser liga dreimal machen dürfen allerdings beim ersten beim beim zweiten mal habe ich vergessen den boot nicht im gut zauber den beben zauber zu nehmen um das rathaus zu aktivieren damit damit die familie haaland dann auch hier unten aufs rathaus geht ich weiß ich habe fünf haalans gesetzt ich hätte nur vier gebraucht wäre da noch mal zwölf platz für eine andere truppe gewesen aber wie gesagt einen angriff versemmelt habe ich habe ich das verpeilt dass ich das rathaus nehme dass ich dann aktiviere und dann sind die auf irgendwas anderes gegangen die kleinen haalans und ich musste den angriff irgendwie retten aber diesen hier muss ich nicht retten aber gerade die event truppe sollte man auf jeden fall nutzen also die die kleinen mini haaland sind wirklich wirklich stark gerade wenn es darum geht zu fannen oder so wie hier die mittig zu setzen und die die geben sich ja immer gleich erst erstmal kurz den kopf an ball und dann wird der ball hingelegt natürlich werden die jetzt schon angestrahlt aber die haben auch genug treffer punkte vom rathaus und das rathaus hat letztendlich dann keine chance dann nehmen sie dann nehmen die sich sogar noch ein lager mit klar ist er jetzt schon entfernen und rauf aber das juckt dann erst mal kein weil der erste stern ist ja schon mal drin ok prozent sind natürlich echt wenig klamo kam da auch noch raus hier oben und dagegen gefahren mit king und backup inklusive klanburg und dann soll es hier ab durch die mitte gehen da sind mir die truppen so ein bisschen abhanden gekommen und der angriff auch wirklich ultra ultra knapp wenn ihr auf die zeit geguckt habt werdet ihr sehen dass ich maximal am ende drei sekunden glaube ich noch zeit gehabt hätte es wäre fast ein time fail geworden und ich habe das spiel das erste mal überhaupt angebetet dass das etwas etwas eintritt ja ich werde ich werde euch die stelle gleich und wollte gerade sagen markieren hier unten habe ich noch meine queen und jetzt läuft aber gleich auch schon der wurzelzauber aus aber ich bekomme glaube ich die monolithen noch noch mitgenommen der ist ja jetzt noch im wurzel also noch nicht sichtbar für meine queen jetzt wieder ist wieder sichtbar jetzt geht allerdings der monolith erstmal auf mein pad und die queen geht gegen die mauer ok da hat sich jetzt umentschieden hat sich jetzt gedacht na da ist ja doch noch was was auf mich feuert und so bekomme ich den monolithen noch hier oben gehen die truppen halt ihren weg und sterben mir alle so ganz ganz langsam weg ich setze dann hier unten gleich meine gladiatoren hier kommt sie mit ferdi fuchs und an einer stelle ich glaube es war an dieser stelle da habe ich mir gewünscht dass sie wieder unsichtbar wird oder andersrum weil die kanone hier zu spät wo zu spät hat mich auch geärgert und da habe ich eigentlich gedacht okay der angriff ist in der dutten weil da lebt dann doch noch relativ viel auch an die fans ich habe hier noch eine rumhämpelnde queen dies allerdings schon so ein bisschen angehittet ihr seht das und habe dann extrem lange gewartet mit meinem royal champion da habe ich im moment die hocks drin vielleicht auch ein bisschen zu früh gezündet weil die hocks haben den ersten schlag natürlich vom scattershot abbekommen die queen ist one hit für den sperr hier und ist ja jetzt noch in der ability drin wo sie so fix ist jetzt wird wieder ein bisschen langsamer aber ich habe dann halt nur gedacht wert bitte unsichtbar wert wird bitte unsichtbar weil die kanone die neuen defenses hier sind echt stark also sowohl der bogenschützenturm als auch die kanone unheimlich stark und nichtsdestotrotz kam dann hier hinten noch eine bauhütte und ein magierturm und sie wird wieder unsichtbar das war echt ein segen hier oder da kann der bauarbeiter auch ruhig gegen gegen bauen oder gegen heilen es nützt nichts und ihr seht ja wie knapp das hier letztendlich war und auch von den sekunden her war das hier ultra ultra eng aber alle haben hier eine schöne liga woche gespielt also coole angriffe gesehen fiel natürlich leider mit den wurzeldeppen wie sie jetzt bei mir in den stream immer genannt werden und aber ihr habt ja auch gesehen am ersten angriff haben wir nicht die wurzeldeppen genommen und ich springe aber kurz mal in die anderen clans rüber also wie gesagt knappes ding hier könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben lieber champion 3 mit viel bonus verteilen als champion 2 und wieder absteigen und gar keinen bonus verteilen und bald nur viermal bonus verteilen ist halt immer ansichtssache im clan totos bande spielen wir glaube ich erstmal keine liga mehr weil die 15 die hier jetzt aufgetreten sind die wollten ums verrecken eigentlich absteigen wir sind auch nicht abgestiegen wir sind in der liga geblieben obwohl wir eigentlich hätten absteigen müssen weil ich auch ein zwei angriffe schon mal gar nicht gemacht habe hier beziehungsweise einen tag mit meinen ganzen accounts nicht angegriffen habe und trotzdem hat es haben die beiden unteren clans es nicht geschafft uns noch einzuholen wir haben ein bisschen das noch gegeben am letzten spieltag war aber auch knapp glücklicherweise verloren wollte ich gerade sagen aber hier kann ich dann auch noch ein boni vergeben also auch hier kann ich immerhin dreimal bonus vergeben auch wenn ihr garantiert zweimal bonus sind plus einmal haben wir ja auch hier gewonnen also nur ein bisschen zur nebeninfo aber in der konstellation hier glaube ich spielen wir hier nicht mehr liga das hat halt nicht funktioniert das problem war halt wir sind mit einer ganz anderen truppe hier in nach kristall sage ich mal aufgestiegen die ganze zeit nach kristall 3 aufgestiegen und jetzt wo wir kristall 3 spielen 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 hier ganz ganz andere rathäuser das ist nämlich maximal rathaus 14 glaube ich hier oben der tim vielleicht muss man gerade spielen oder ist es auch noch ein 13 das ist ein 14 der nächstes aber schon 13 und hier auf der seite seht ihr selber 16 16 14 manchmal hier unten noch ein 15 dazwischen oder so das war die woche war hier halt viel zu schwer und für uns aber nochmal am letzten spieltag alle angriffe gemacht also auch das ist völlig in ordnung wo wir ein bisschen untergegangen sind oder wo wir letztendlich untergehen werden wird im clan free to play sein damit sind wir dann auch schon beim letzten clan der hat allerdings noch einen spieltag vor sich ihr seht das hier die mache ich heute abend mit euch wahrscheinlich die angriffe da werden wir unter umständen entweder völlig untergehen oder aber wir können hier noch ein bisschen was reißen aber eigentlich ist ja ist der abstieg hier besiedelte sache denn hier habe ich ich will nicht sagen versehentlich eine 30 gestartet aber der clan war mal voll leute und wenn ich dann eine 30er cw spiele aber auch hier haben halt auch einige nicht angegriffen und ich konnte zwar so weit durchtauschen dass ich eigentlich nur noch einen hatte der nicht angreift allerdings im letzten spieltag oder im vorherigen spieltag hat jemand halt nicht angegriffen der auch bei den herausforderern ist ich nenne auch keine namen oder so ich finde es einfach nur ein bisschen traurig war ein bisschen enttäuscht muss ich sagen weil das ist auch jetzt nicht ein spieler der neu dazu gekommen ist oder so aber er hat schon öfter mal ein bisschen bock miss gemacht hast und nie um eine ausrede verlegen war und irgendwann hast dann auch die schnauze voll davon muss man einfach so sagen selbst wenn es mein tittenkumpel wäre würde ich sagen nee habe ich keinen bock mehr darauf tut mir leid wir können gerne im real life beste freunde bleiben aber hier im spiel sind wir es nicht mehr aber dennoch haben wir hier schon wieder ein bisschen zu viel einsterner verstehe ich auch nicht warum man hier nicht einfach ein bisschen höher geht und wir machen mit den oberen die unteren unteren dauern aber auch hier haben wir wenigstens mit dieser ausgerechnet diese base hier wo du da irgendwie so alles in dem mittel hast inklusive der 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 unsichtbarkeitstürmer alle bauhütten und das rathaus damit es bloß schnell wieder repariert wird ok mal gucken wir ja wer das geregelt hat mit rootreinern hier unten beziehungsweise hier geht erstmal ganz piano queen und king das ist auch die kleine queen hier der große king weil die wird gleich auch wieder kleiner weil der ist schon gezündet und aber jetzt geht es hier mit den rootreinern weiter beziehungsweise weiter rein gehen die jetzt eigentlich erst rum oder nicht er setzt das kampfholz hier noch von der ecke auch mit einem rootreiter der hat ein bisschen die mauer aufmacht aber einige rootreiter gehen halt auch rein beziehungsweise wollen so ein bisschen rein jetzt ist erstmal die unsichtbarkeit da die unsichtbarkeit stört aber nicht den kampfholz werfer der schmeißt sein kampfholz egal egal ob unsichtbar oder nicht der geht ja jetzt nicht oder wendet oder schmeißt das kampfholz woanders und dadurch wird hier alles schön angehittet und er hat auch rootreiter in der mitte also cooler angriff hier nochmal auch wenn es mit den wurzeldeppen ist ich weiß leute es ist im moment krank aber supercell scheint da auch im moment überhaupt nichts gegen gegen machen zu können großartig ich habe jetzt schon bei den bildern gesehen die ich so ein bisschen beobachte dass sie mittlerweile fast only anti rootreiter bases rausbringen aber ihr seht es ja selber du kannst die base noch so anti rootreiter machen irgendwann schafft es ein rootreiter wieder aus so eine base zu brechen und deswegen ja ich habe wie gesagt sowohl sowohl von uns als auch vom gegner habe ich genau diese genau diese angriffe ohne ende gesehen wo als wirklich der wurzelkrieger spam immer noch immer noch das maß der dinge ist und es ist immer noch leider so egal was dahinter hat ob es bowler sind ob es super bowler sind ob es walküren sind die wahlküren sind ja irgendwie aus ihrem tiefschlaf wieder erwacht jeder nimmt jetzt plötzlich gerne wieder wahlküren die waren ja eigentlich schon im kleiderschrank eingemottet die bot ja kein mensch mehr spielen aber jetzt sind sie wieder in aller mundes oder schon etwas länger aber wie gesagt es ist egal was ob es bogenschützen sind mit mit pecker habe ich die noch nicht gesehen mit pecker habe ich die noch nicht gesehen aber halt mit einer super truppe oder aber wie hier mit den kleinen wahlküren mit den normalen nicht mit den super wahlküren und schöne drei sterne und unsere 1 auf deren 1 aber ich denke mal hier ist der drops auch gelutscht wieso komme ich hier nicht raus war jetzt ich glaube wir werden absteigen wir sind im moment siebter wenn der gegnerische clan drillisch 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 ist ja ein o2 ableger eigentlich hier in deutschland was mobilfunk angeht wenn die richtig fehlen gegen isadi dann nicht nicht gegen isadi schuldig bitte die sind da unten gegen den ersten die spielen also im moment gegen den ersten und wir können noch ein paar sterne gut machen dann könnten wir uns vielleicht noch wieder auf den sechsten retten aber eigentlich ist meisterliga 3 hier nicht mehr so zu halten und ich denke wir spielen in der nächsten saison auch hier in der kristall 1 liga dann wieder ein fünfzehner oder halt guten 13 aber mit 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 wir haben unten unser kleinstes radhaus ist halt ein zwölf gewesen hier an der stelle durch unsere tauschereien wir mussten halt zwei sechzehner das kommt natürlich auch erschwerend dazu wir haben zwei sechzehner hier raus lassen müssen wegen einemjenigen der krank ist zurzeit von dem ich jetzt auch wirklich schon länger nichts mehr gehört habe ich hoffe es geht ihm mittlerweile wieder etwas besser und dem muss ich schon mal raus lassen das ist das schwächt natürlich auch so ein gesamtes team ja dann hätten wir jetzt keinen zwölfer da unten sondern only 13 und mit only 13 hier unten im bereich ich sehe da selber da besteht man eigentlich noch ganz gut wenn ich davon absehe donnerbengel wäre jetzt mein erster account den ich bespiele hier der darf schön gegen 13er becken sheriff muss zwar gegen 14 aber der 14 ist längst nicht max da geht auf jeden fall noch was da ist das radhaus noch 4 noch nicht 5 da ist auf jeden fall auch als radhaus 13 ganz gut was zu holen das haben wir jetzt auch gesehen im laufe der woche blimp geht da immer und mit meinem 15er mit avatar muss ich halt häufiger bin ich auch gedreiert worden auf 16 darauf aber auch das ist nicht ganz so schlimm auch da haben wir genug dreier gesehen also 15 an 16 erlegt wenn denn noch nicht alles so gut ausgebaut ist und vor allen dingen nicht gegen die rotreiter herstellt also das war es erstmal von mir ich wollte das auf jeden fall für euch festhalten bevor wir dann die neuen cks starten und die neue woche beginnt kommt jetzt auch ein bisschen später das video weil ich musste auch jetzt erstmal mich sammeln mal gucken was faselt sie eigentlich aber ich hoffe das ganze hat euch ganz gut gefallen zum wochenende wenn ja dann lass mal einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren videos danke für eure aufmerksamkeit bleibt gesund euer toto danke 티